Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Faulenzen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Faulenzt. Faulenzte. Hat gefaulenzt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich faulenze. Du faulenzt. Er faulenzt. Wir faulenzen. Ihr faulenzt. Sie faulenzen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich faulenzte. Du faulenztest. Er faulenzte. Wir faulenzten. Ihr faulenztet. Sie faulenzten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gefaulenzt. Du hast gefaulenzt. Er hat gefaulenzt. Er hat gefaulenzt. Wir haben gefaulenzt. Ihr habt gefaulenzt. Sie haben gefaulenzt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich faulenze. Ich faulenze. Du faulenzt. Du faulenztest. Er faulenze. Wir faulenzen. Wir faulenzen. Ihr faulenztet. Sie faulenzen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich faulenze. Du faulenztest. Er faulenze. Wir faulenzen. Ihr faulenztet. Sie faulenzen. Den Schluss macht der Imperativ. Faulenze du. Faulenzen wir. Faulenzt ihr. Faulenzen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb faulenzen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. uranium- Prozent nach dem bisschen небes. Wir gefallen. Wir gefallen. Untertitelung des ZDF, 2020